Musik Das ist doch schön. Wach aufs geht los! Hallo Burgheide, hallo Welt Ritz hat den Einsatz verpasst, deswegen fange ich mal an. Heute fangen wir mal im Waldbad Borgheide an. Wir haben es die ganze Saison aus Zeitgründen überhaupt nicht geschafft, uns hier mal in Ruhe hinzusetzen. Es war immer überall Action, was los. Ich war sowieso nie da, aber das haben wir ja schon analysiert mittlerweile. Nicht nur das, es war auch extrem heiß hier. In der Sonne mindestens 40 Grad, schätze ich mal, so wie hier der Planet drückt. Jetzt auch, obwohl es heute Nacht schön sich abgeschüttet hat. Eigentlich hätte ich jetzt noch in die Maske gemusst, weil sonst hier oben ist schon wieder alles. Mein Hut ist zu Hause, der ist sonnengeschützt gelagert. Waldbad Borgheide, fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Wir haben ja jetzt den Ausklang des Julis und eigentlich können wir schon sagen, wir haben mit Status, wenn ich mich gerade umrufe, ein wenig 16.000 Badegäste. Die Spitzenzahl war mal um die 17.000. Also wir haben jetzt noch einen ganzen Monat, um 1.000 Badegäste zu bekommen für das Top-Ergebnis des Jahres. Gestern hatten wir 598 Badegäste hier. Also zwei ordentliche Wochenendtage und das Jahresziel ist mal wieder nach oben überschritten worden. Da sind ja noch Ferien. Also es sollte doch zu schaffen sein, oder? Also mal sehen, wie der September wird. Vielleicht beruhigt sich ja das Wetter auch in den nächsten Tagen ein wenig und es wird statt 33 Grad nur noch 28. Dann gehen ja auch hier die Besucherzahlen total in den Keller. Glaube ich nicht. Ach, ein Scherz. Glaube ich nicht. Ja, was hatten wir sonst die Woche? Ja, ansonsten, wir hatten ja unsere Sondersendung am Freitag gebracht über den Waldbrand in Fichtenwalde. Es ist ja nicht so, dass jetzt Ruhe ist für die Feuerwehr hier in Borgheide bzw. in den umliegenden Gemeinden. Auch unsere Feuerwehr war gestern wieder unterwegs gewesen. nochmal im Fichtenwalde gewesen bis frühen Nachmittag. Und abends waren sie schon wieder unterwegs. Da gab es auf der A9 einen Unfall. Auch dort war wieder Einsatz gewesen. Also das ist ja eigentlich schon fast hauptberuflich, was die machen. Wir sind ja ständig unterwegs. Und wie gesagt, auch da nochmal die Warnung. Kein offenes Feuer, kein Grillen, nicht rauchen im Wald etc. Es ist einfach noch zu trocken, selbst wenn es gestern bisschen geregelt wird. Ich vermute ja auch mal, dass die Leute, die hier wohnen, sich der Gefahr auch komplett gewiss sind und auch am meisten auf alles aufpassen. Es sind vermutlich doch auch viele an der Autobahn, die langfahren und da doch mal eine Kippe rausschnipsen, wie gesagt. Das Video wird die Leute nicht erreichen, die es betrifft, aber vielleicht spricht sie es rum. Ja, also wie gesagt, wir hoffen mal, dass es jetzt langsam zu Ende geht mit den wirklich extrem heißen Tagen und die Waldbrandgefahr doch ein bisschen reduziert wird. Heute Nacht hat es ja geregnet. Also heute Nacht ist ja, also heute, wir drehen ja schon ein bisschen vor, von Samstag auf Sonntag hat es ja ordentlich von um zwei bis um vier, glaube, dann noch mal so richtig schön geregnet. Also eigentlich quasi Wunschbedingungen, ja. Tags über Sonne, nachts ordentlich Wasser. Könnte man jeden Tag so haben, ne? Im Prinzip schon, ja. Dann hat man noch gehabt, ja, ich ziehe es einfach mal vor, am Freitagabend war nicht nur Waldbrand, sondern auch Blutmond. Und da waren natürlich auch ein paar Leute mit hier auf dem Marktplatz gewesen. Ich war auch da mit der Kamera. Und wie man auch hier sehen kann, habe ich auch mal so versucht, den Mond in meine Kamera zu drücken. Man bräuchte ja theoretisch ein richtig ordentliches Tele, so mindestens so vier bis sechshundert und noch größer. Aber wer hat sowas schon nur für einmal Blutmond? Wann kommt das nächste Mal der Blutmond? Ja, den schauen wir uns in etwas über hunderttausend Jahren noch mal an. Ja, bis dahin habe ich ein großes Objektiv. Ich bin dabei. Ich habe dann zwei. Nächste Runde, es steht alles schon auf dem Plan. Die nächste Runde Veranstaltung in Burgheide steht an, es wird heiß, es bleibt heiß. Vierte, achte, Baum und Burke. Da sind natürlich noch die letzten Vorbereitungen im Laufen. Wir drehen auch mit den Jungs noch mal ein separates Video. Am vierten, achten, so alles klappt und auch mit der Feuerwehr alles geregelt ist, findet das Event statt und wird dann auch direkt verfolgt von dem nächsten Event im Waldbad Burgheide am elften achten. Die Haus- und Hofband Kurzschluss ist mal wieder hier, wird auch in den Pausen von einem DJ unterstützt, dass die Tanzwütigen hier voll auf ihre Kosten kommen. Das sind so die nächsten Events, die hier anstehen. Ja, drücken wir mal die Daumen, dass es wegen Nichtwasser ins Feuer fällt. Ja, schauen wir mal. Das ist ja schon nächstes Wochenende und vielleicht regnet es ja noch mal bis dahin und die Situation entspannt sich ein bisschen. Für die Kurzschlussveranstaltung, es wird bei uns gegrillt, aber wir haben, das weiß der Litz noch gar nicht, wir haben nämlich zwei Gasgrills, mit denen wir hier arbeiten können, nämlich mein und dein. Ich wollte dich übrigens noch fragen, ob wir uns deinen Grill ausleihen können für das Event. Du wirst jetzt natürlich vor der Kamera auch ja sagen. Ja, ich brauche das nächste Wochenende privat. Nein, alles klar. Ja, dann koch dir ein. Ja, natürlich. Gerne. Ich habe sogar so eine große Gasflasche. Ich habe auch, ja. Dann können wir die zusammenstellen. Ja, haben wir zwei Gasflaschen. Man, freue ich mich schon drauf, Kurzschluss sowieso und natürlich ganz neugierig auf Baum und Borka, aber da kommen wir noch mal zu. So. Das war's? Ja, im Prinzip, ich könnte jetzt noch hier so ein Bildchen vom Wetter einblenden lassen. Das lasse ich dann den Lutze machen. Ja. Und könnte sagen, ich bin komplett, ich muss es zugeben, komplett unvorbereitet. Ich könnte jetzt ganz geschickt das Handy hier aus der Hosentasche ziehen, könnte so unter der Sonnenbrille durchgucken und nach dem Wetter gucken. Aber ich habe gehört, es gibt maximal eine leichte Tendenz nach unten. Regnen wird es nicht mehr viel, glaube ich, die Woche und Richtung Samstag sind wir auch wieder bei 28 Grad. Ja, es soll Temperatursturz auf 24 Grad geben. Ja. Und 34 auf 24 Grad. Ich glaube, ich muss in die Maske, ich schwitze. Macht aber nichts. Können wir jetzt aufhören? Unabhängig davon. Ne. Wir sitzen tatsächlich wieder am Sonntag hier. Wir hatten das ja am letzten Sonntag gesagt, es ist die letzte Sonntagssendung und wir sitzen ja am Sonntag im Waldbad, eben weil es schön ist. Wir werden uns nachher noch ein kleines Bierchen zum Sonntag gönnen und den Film bringen wir zukünftig übrigens... Alkoholfrei. Auf dem Ohr höre ich immer nichts. Auf dem Ohr. Und wie gesagt, wir bringen jetzt unsere Sendung immer am Montag, damit wir auch den Sonntag in vollen Zügen genießen können. Aber... Wieso fährst du mit der Bahn am Sonntag? Was willst du in vollen Zügen? Weißt du, wie warm das ist? Oh, der Matthias hat schon zwei Bier hinter sich heute. Überhaupt nicht. Ach doch, heute Nacht. Ja. Ja, jedenfalls die nächsten Sendungen kommen natürlich immer am Montag und da freuen wir uns natürlich schon drauf und bleiben wie immer bei euch am Ball hier bei Borkheide News TV. Wie immer diesmal natürlich live hier mit zu sehen der Matze und Lutze. Und tschüss. Ciao. Tja, das war sie, die Aufzeichnung vom Sonntag. Ja, es ist genau so. Da schaufelt man sich den Sonntag frei, um genau am Sonntag wieder zwei Videos zu drehen. Einmal natürlich die Aufzeichnung aus dem Waldbad und natürlich das Interview mit dem Baum- und Borkhe-Team, was ihr euch natürlich auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auch bei Facebook noch anschauen können. Na, wenigstens haben wir den Sonntag im Waldbad genossen und das Baum- und Borkhe-Video ist natürlich schon veröffentlicht. Habe ich trotzdem noch ein paar Nachrichten. Zum Beispiel gibt es hier nicht nur in Borkheide etwas für die Jugend, sondern auch für die Senioren. Denn die Senioren für Borkheide sind im August auch aktiv. Am Donnerstag, dem 2. August 2018, findet um 15 Uhr das monatliche Kaffeetrinken im Gemeindehaus statt. Am Kirchanger 4 ist das. Für die Bewirtung ist die Frau Baas zuständig. Und wer außer den ständigen Teilnehmern der Gruppe Kaffeedurst hat und in einer geselligen Runde hat und ein paar Stunden verbringen möchte, ist dort herzlich gern willkommen. Sollte sich jedoch vorher ankündigen und zwar unter dieser Telefonnummer hier der 41296 oder 30168 Borkheide. Ich habe es hier nochmal eingeblendet. Am 16.8. werden die Senioren für Borkheide ein Ausflug nach Parets ins Haveland unternehmen. Schloss Parets war die Sommerresidenz und der Lieblingsort der Königin Luise. Also ein interessanter und geschichtlicher Ort, den sie mit einer Führung mit sachkundigem Personal besuchen wollen. So ein kleiner Unkostenbeitrag ist dabei natürlich erforderlich. Die Senioren treffen sich auf dem Marktplatz und werden Fahrgemeinschaft bilden. Interessierte Bewohner des Ortes möchten sich dann bitte, wie gesagt, unter diesen Telefonnummern bis 15, ab 15 Uhr am 2.8. ab 15 Uhr im Gemeindehaus melden. So, das dazu. Dann möchte ich nochmal mitteilen bzw. möchte euch ankündigen, dass wir natürlich gern auch eure gelungenen Bilder, die ihr irgendwo auch immer geschossen habt, gern als Startbild für unsere Videos verwenden, wenn ihr das natürlich möchtet und wir stellen natürlich euer Startbild auch gern im Video direkt vor von dem Verfasser. Man sollte allerdings bei den Fotos die Urheberschaft und den Datenschutz gewährleisten. Das können wir natürlich hier alleine nicht stimmen. Und das soll es tatsächlich gewesen sein. Das war unser erstes Montagsvideo. Wir wünschen allen eine wunderschöne Ferienwochen, ein bisschen Regen und sehen uns wieder, entweder beim Baum und Borke Festival bzw. nächsten Montag hier auf dem YouTube-Kanal. Wie immer hier viele Grüße vom Team von BNTV und tschüss, euer Lutz. Bis zum nächsten Mal!